Der Pilot steht in den Startläufern, macht seine letzten Checks, löst die Bremsen, setzt Leistung und ab geht es zur Demonstration der F-16 der holländischen Luftwaffe. Der Pilot steht in den Startläufern, macht er die Bremsen und ab geht es zur Demonstration der F-16 der holländischen Luftwaffe. Der Pilot steht in den Startläufern, macht er die Bremsen und ab geht es zur Demonstration der F-16 der holländischen Luftwaffe. Der Pilot steht in den Startläufern mit über 1.300 Stunden Fluggefahren auf der F-16. Der Pilot steht in den Startläufern, macht er die Bremsen und ab geht es zur Demonstration der F-16 der holländischen Luftwaffe. Der Pilot steht in den Startläufern, macht er die Bremsen und ab geht es zur Demonstration des Luftwaffe. Da sind irgendwelche Impulse, die das Flugzeug gesteuert, wobei sich der Steuerknüppel rechts befindet, also die Seistaktiv sind, zurückgeflogen. Ich sehe, dass hier ganz rechter die Nase sehr hoch ist, sondern aufgrund des hohen Anstellwindes kann ich die Strömung an den Flügel recht abreißen. 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 Hier wird diese unabhängige Trucksball-Holgestellung, also ein 80 Kilogramm oder der Wege 27 Kilogramm. Jetzt das rechste, jetzt ein Schettenüberflug. Jeder fliegt mit, bei jedem Flug wird ein sogenanntes Lockbuch geführt, alles in die Flüge in ihrem... Jetzt dieses Lockbuch an den meisten Blüten versteigert und das Lockbuch wird mit dem Sitz übergehen. Und der Erlös geht also der Kilogramm rüber. Noch einmal diese Maschine gehört den Niederlanden. Ja, ist jetzt ein Volk bestationiert in Air Force Base. Der Erstflug 1976 und operationell seit Jänner 1979 im Einsatz. Und sie ist auch lackiert in den Farben der holländischen Königsfamilie. Mit dem stolzen Symbol der holländischen Nation, der Leier. Der W Commission freiglied jetzt gleich jetzt, Die Leute kommen, aber darum geht, hierzu, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020